Hallo, wen haben wir denn heute hier? Hallo, unsere ganze Familie brauchte eine Kontrolle. Mein Mann hat Zahnschmerzen und meine Tochter brauchte eine Zahnreinigung. Alles klar, wir können sofort anfangen. Herr Schmidt, folgen Sie uns bitte als Erster. Okay, es ist der hintere obere Backenzahn. Es tut wirklich weh. Herr Schmidt, lassen Sie mal schauen. Weit aufmachen. Ich sehe es. Der Zahn ist schlimm abgeplatzt und gebrochen. Lassen Sie uns eine Röntgenaufnahme machen. Kein Wunder, dass er so weh tut. Wenn man sich das Röntgenbild ansieht, kann man leider sehen, dass sich der Riss bis ganz nach oben erstreckt. Wir werden diesen Zahn leider entfernen müssen. Ich werde Ihnen Novokain ins Zahnfleisch spritzen. Sagen Sie mir, wenn es taub wird. F-F-taub Okay, bleiben Sie ruhig liegen. Sie werden etwas Druck spüren. Alles klar, er ist jetzt draußen. Fühlen Sie sich besser? Hasanan, la tat harrak. Satu hissu bibaadu ddakt. Hasanan, la qad harajal an. Hal tashuru bittahassun? Er Naam. Es wird für einige Tage ein wenig schmerzhaft und empfindlich sein. Behalten Sie etwas Gaze in dem Loch, um es vom Bluten abzuhalten. Sie werden wahrscheinlich für einige Tage weiches Essen zu sich nehmen wollen. Denken Sie jedoch an die Zähne putzen. Ja, wie alt bist du? Alles klar, dann nehmen wir mal Sali mit. Sali, wie alt bist du? Hasanan, fal tati Sali ila al khalfi maana. Kam umruki ya Sali? Ich bin zehn. Wird es wehtun? Ashru sanowat. Hal sei ulimuni dhalik? Nein, überhaupt nicht. Du musst nur deinen Mund für ein paar Minuten weit aufmachen. La ala al itlaak. Aleyki faqat an taftahi fama ki bittisa ali badai daqaik. Okay, das kann ich machen. Hasanan, astati Ufi ala dalik. Hallo Sali, wie geht's dir heute? Putzt du dir jeden Tag die Zähne? Marhaban, Sali. Kaife haaluki iljaum? Hal tu nadifina asnanaki kulla yaum? Zweimal am Tag. Marratain fil yaum. Das ist sehr gut. Benutzt du auch Zahnseide? Ah, das vergesse ich meistens. Hmm, ansa amala dhalik fi agalabil achyyan. Verständlich. Versuch aber bitte öfter daran zu denken, ja? Yumkinu fahmu dhalik. Walakin haawili an ta tathakri dhalika aksar, hasanan. Okay, mach ich. Hasanan, se afal. Weit aufmachen. Sehr gut. Ich werde ein klein wenig an deinen Zähnen kratzen. Jetzt werden wir sie mit einer Bürste polieren. Iftahhi fama ki bittisaa. Jeyi jiddan. Sofa akumu bikashti asnanki kalinan. Wal'an sofa na kumu bitalmiiha bifurscha. Sehr schön. Als letztes spülen wir aus. Nichts davon herunterschlucken. Du kannst es gleich ausspucken. Jameel jiddan. Wa achiran, sofa nashtuf. La tabtali'i aiyan minhada. Sofa yatasanna lakil basku qariiban. Waren meine Zähne in Ordnung? Sie fühlen sich jetzt ganz glatt an. Ja, deine Zähne sind sehr schön. Gib dein Bestes, sie jeden Tag zu putzen und Zahnseide zu benutzen, ja? Naam, inna asnanaki jamilatun jiddan. Ibzuli kusara juhdiki kai tunazifiha bilfurschaati wal khayt kulla yewm, hasanan. Ja, danke. Naam, shukran. Frau Schmidt, kommen Sie bitte mit nach hinten? Seyyida Smith, lima la taatina ila al khalf? Ich habe leichtes Zahnfleischbluten, aber ansonsten keine Beschwerden. Ladeyna zifun khafifun finlistha. Fimaada thalik la ashku min shay. Also, dann schauen wir mal. Nicht schlecht. Benutzen Sie regelmäßig Zahnseide? Hassanan, fal nunki nadratan huna. Leise seyyyan jiddan. Haltu nadhifina bil khayti bisheklin montadam? Naja, nein. Den Teil vergesse ich immer. Oder habe keine Zeit. Hassanan, la. Anna daiman ansah hadajus au la amtelikul waqt. Das kann ich verstehen. Geben Sie jedoch Ihr Bestes, daran zu denken, ja? Jetzt weit aufmachen und mal sehen. Asatiiun tefahuma thalik. Walakinu bzuli qusara juhdiki li tathakkuri, Hassanan. Walään iftachi famaki bittisaa. Sie haben ein paar Löcher. Nichts Großartiges. Die machen wir jetzt gleich zu. Ich werde Ihnen auch etwas Novokain geben. Sie werden ein paar laute Geräusche hören und etwas Druck spüren. Jetzt machen wir die Zahnreinigung. Fertig. Spucken Sie bitte aus. Bäh, das schmeckt nie sonderlich gut. Es tut etwas weh. Ist das normal? Ja, wenn das Novokain nachlässt, wird es für einen Tag oder so wehtun. Denken Sie daran, Zahnseide zu benutzen und wir sehen Sie beim nächsten Mal. Alles klar. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank.